Von der Universität Graz nach. Hallo, mein Name ist Stefan Schweighofer und ich habe in Graz Italienisch und Deutsch auf Lehramt studiert. Hallo, mein Name ist Elvira Carlotti und an der Universität Graz habe ich Lehramt studiert. Hallo, mein Name ist Kurt Wallner und ich habe an der Universität Graz Betriebswirtschaftslehre studiert. Bonjour, mein Name ist Ursula Brücker. An der Universität in Graz habe ich Jus studiert und den medienkundlichen Lehrgang absolviert. Mein Uni Graz Moment war, als ich das erste Mal in der Aula Magna in der Hauptuni war und es war einfach beeindruckend. Die schönste Erinnerung an die Studienzeit sind die zahlreichen fachdidachtischen Seminare auf der Romanistik und Anglistik, die entscheidend für meinen künftigen Lehrerberuf gewesen sind und noch meinen Unterrichtstil prägen. Da gibt es keinen Zweifel, das sind die vielen, vielen Nachmittage im Café Arach, in denen wir geplaudert über Gott und die Welt diskutiert haben und natürlich auch viel studiert und gelernt haben. Mit der Studienzeit verbinde ich sehr viele positive Erinnerungen, die zu wertvollen Mosaiksteinen in meinem Leben geworden sind. Ich hoffe, dass durch den Chapter Italien ein größerer Austausch der Absolventinnen der Universität Graz stattfinden kann. Vom Chapter Italien wünsche ich mir einen erneuten Austausch von Erfahrungen und Kenntnissen mit dem Aluni-Netzwerk, vor allem in Bezug auf die Frenzsprachengedachte, die mein Forschungsbereich ist und auch mein Alltag als Lehrerin für Italienisch als Zweitsprache begleitet. Ich wünsche mir, in Kontakt mit meiner Uni zu bleiben, in die Vergangenheit zu schwelgen, aber auch natürlich über zukünftige Themen zu sprechen und einfach Kontakt mit Studenten, Kollegen aufrecht zu erhalten. Es ist mir gelungen, gute Kontakte zu Studienkollegen und Kolleginnen zu halten und mit der Gründung des Chapters Italien hoffe ich, nun wiederum mit meiner Alma Mater in Verbindung zu treten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017